so weiter geht sie gar nicht okay nein weil ich glaube wir müssen bei der halt nicht umfliegen du bitch hallo es geht doch gar nicht da ist es das wusste ich das machen wir irgendwann mal so genau so wir machen jetzt mit der welt weiter das sind auf jeden fall bonuslevel wie gesehen und das finde ich ganz geil ja das hat irgendwie weil kommen wir haben auch wieder mehr stelle ja stimmt stimmt ja natürlich ich bin dauernd fixiert dass ich habe ich spiele ich bin die geile maus hier es geht ab ich habe langsam ja wir müssen in die stuhle gehen sie doch mal dahin klick klick haben 12,2 prozent abgeschlossen und wir betreten folgen wir jetzt professor krill natürlich tun wir das muss ich ganz schön dick weißt du das tut mir leid das ist doch kein problem jetzt spiele ich einen ron auf einmal ach ja winke winke ach das ist ja putzig vielen dank lauf harry er sagt uns auch noch dass wir mit rein sollen alles klar also wir verfolgen ihn nicht aber wir laufen ihm nach fluffy servus wir sind ghostbusters das war jetzt nicht nett weil fluffy wacht ich höre und halt doch nicht so schief du hast kannst das ist nix okay wir können einiges wieder du kannst dich unsicher machen das ist auch schon ein versuch wert nicht an den hund alter 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 quietschentchen kommen die quietschentchen au wo ist das quietschentchen hin wo ist das quietschentchen hin das hat hundi aufgegessen wo ist das aufgegessen hat diese kommen schlaf ich sammle die woule von wir jetzt die helllands hat aber wir können noch was bauen Hallo! Hallo! Hä? Oh! Ja, deswegen! Ja, doch hier lang! Aua, au, au! Ich kann mich alles hier mal frei, dann mach ich mal gleich hier frei! Ist ja der alles verdammte... Du sollst nicht mich friedeln! Verzeih' So! Und wir sind, wie ich gerade gesehen habe, in einem offiziellen Level... Oh! Wie heißt denn das Level? Gesicht des Feindes! Schön! Wow! Wow! Alter, 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 alter! Nur nicht so schnell, nur nicht so schnell! Geht's bestimmt noch was zu machen! Geht's nicht mehr? Kannst du wieder aufhören? Wer denn? Harry! Ähm... Ich glaube... Ja, da runter! Wir hüpfen! Und... Ja, das müsste sein... Es müsste alles... Wir nähern uns, äh... Ende von Jahr 1! Ja, ich denke nämlich auch! Weil, ähm... Wenn man sich an den Film erinnert... Dann müsste jetzt gleich etwas kommen! Ja, lang... Ganz langsam kommt da was! Weil, ähm... Im Film war es ja so, dass Hermine... Wow! Guck mal! Das was gefunden hat ohne Ende! Dürfisch! Und, äh... Zweiten Semini kann ja gut mit... Kann ja gut zaubern! Das heißt auch, sie kann gut mit Kräutern umgehen und so! Und kann... Konnte die Pflanzen hier herzlich bekämpfen! Und, ähm... Besiegt! Und das müsste alles noch kommen! Wenn das alles natürlich hier kommt! Also, es ist ja tot! Weil ich es ja leicht kenne! Ist es richtig... Äh... Wir haben ja hier schon... Sind wir ja gleich wieder wahrer Zauberer! Ach du Scheiße! Hast recht! Das ging aber schnell! Ja, ich seh nichts! Ja... Ah! So geht das also! So auch! Besen! Besen! Oh, da ist der! Nein! 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 Ey! Das war falsch! Ich muss... Ich muss... Ich muss... Ja, danke! Ja, bitte! Ich bin eine geile Nutte! Nee! Du bist eine dumme Nutte! Nee, ich bin eine gute Nutte! Nee, nee! Wie bin ich jetzt draufgekommen? Hallo! Hier oben bleiben! Siehste? Hätt ich das mal lieber machen müssen können... ...dürfen, sollen, tun! Da hast du doch die Chance! Ja, eben nicht! Die sind wohl schon zu blöd, oder was? Komm mal her! Oh! Jetzt komm! Jetzt geht's los! Genau! Ach so, okay! Alter, mach dich ab! Schengel! Du hängst! Mach mal... Ja! Da ist er! Versteckt! Und in dem Spiel ist es eigentlich am schwersten... ...die versteckten Schüler zu finden! Weil dir sagt dir keiner voraus, wo du... ...suchen musst! Was haben das jetzt gerade? Ich hab grad was kaputt gemacht... ...heißt das? So weiter geht's dir gar nicht, okay! Nein, weil... ...ich glaube, wir müssen bei... ...der... ...alte mal fahren die umfliegen, du Bitch! Hallo, es geht doch gar nicht! Haha! Ah, okay! Da ist es! Das Allsatzbekannte... Oh! Und... Kopf ab! Alles einsammeln, was geht... ...wie es geht... ...warum es geht... ...best nicht sterben... ...Lauf! Schwarzer Krieger... ...tötet... ...nicht Weißen... ...Waldweißer... ...tötet uns! Zack, Mann! Tschüss, Mann! Geht's ja momentan gut ab! Aber jetzt wird der hier wieder getötet! Ah! Halt, 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 halt! Halt da nicht runter! Na toll! NEIN! NEIN! So kann man seine Stütze natürlich auch verlieren! Mach's was so! Tschüss, Mann! Und jetzt hört man auch springen, weil jetzt kommt die Kriegerin um... ...meint, sie müsste hier mal ein bisschen Randale machen... ...das macht sie auch und bringt uns total außer Gefecht! Und dieses epische Battle! Und jetzt kommt der König! Und... COVER, Bitch! Öh! Wir bauen uns... ...was haben sie jetzt gebaut? Genau! Ach, da hinten! Noch mehr bauen! Wir haben uns... ...die Königin geholt! Gebaut, natürlich! Yes! Die Königin demonstriert mal gleich, was sie kann! Und sticht dem König ins Herz? Doch nicht! Doch jetzt! Ja! Ja! Hopa, hopa! Los geht! Ach ja! War klar! Ronald Weasley sieht man schon ganz schön dämlich! Und ja! Da ist er! Und Quirrell will, dass wir uns an den Spiegel stellen! Denn er weiß, dass wir... ...den Stein der Weisen haben! Und da ist Voldemort! Und, äh, ja! Und ich hoffe jetzt... Ach, fick dich! Ah! Ha! Leiste! Du bist ja... Auf dich hat das ja abgesehen! Das ist ja ganz gut! Dann kann ich mich ein bisschen drum kümmern! Ja! Wow! Next, please! Möchten Sie irgendwas? Ha! Ich habe dich berührt! Wow! Er tut randalieren! Ja, ja, ja! Mach dich mal ab! Es fehlt nicht mehr viel bis zum Maren Zauberer! Dahinten der blaue könnte es schon sein! Ja, das ist wahrscheinlich! So nicht! Ah, super! Nein! Ruhigen darf nicht so einfach! Ja, scheiße war es jetzt! Das ist kein wahrer Zauberer wert! Scheiß, die Wandern! Ich bin wundergeplumpst! Naja, passiert! Ich bin auch zweimal wundergeplumpst! Ich will gerne wissen, ob ich den eigentlich auch attackieren kann oder ob es nur der Harry kann! Ich habe natürlich... Ist eigentlich ein Kampf zwischen den um Harry! Au, 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 au! Bitch, please! Bitch, please! Lass das! Oh! Ich bin in die Luft! Au! Haha! Ich bin nicht zur Eile gesprungen! Nein! Ja, tschüss, man war der Zauberer! Was war ich? Wie blöd kann man denn sein? Warum springe ich denn runter? Ah! Ich springe nicht! Ich habe so viel Schiss! Tschüss, man! Ich habe deinen Arm! Ich habe deinen anderen Arm! Ich habe deinen anderen Arm! Ah! Ich habe deinen Kopf! Und die Mutter und der Vater sagen Happy Birthday, Sohn! Aber doch, sehen sie, Geist von Moldemort! Er fällt einfach nur um. Ja, das ist als Geist schon ein bisschen schlecht! Wenn man nicht so ran! Ha! 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 Daneben! Oh, lass es! Oh, Terry! Verkacketig! Ja, und scheiße, was? Ey! Wären wir nicht so oft da runtergeplumpst, dann wären wir jetzt auch wahrer Zauberer geworden! Und ihr habt selbst gesehen, wir hätten das Zeug gehabt! Aber natürlich sehr schade! Wir haben auch gar keine Wappen bekommen! Wir haben gar nichts bekommen! Schülern Gefahr! Wir haben zwei goldenen Steine bekommen! Level abgeschlossen! Ja, das war schon hart! Das zieht an den Nerven! Das ärgert! Das ärgert wirklich! Ja! Tschüss! Nein! Na, jetzt schon! Da ist Doppelohr! Wo ist er denn? Ähm... Schön! Schön, schön! Das ist nicht Harry, mein Freund! Sehr schön! Ein Stein der Weiß! Und Termine sind auch da! Ist das nicht schön! Ah! Das sind sie! Berti Bootsbohnen! In's ländlichen Geschmacksrichtung! Und er kriegt, glaube ich, eine mit Ohrenschmalzgeschmack. Ja, Leute! Wir haben von Harry Potter Jahre 1 bis 4 ein Zauberes von durchgezogen. Und ich glaube, das letzte Level, das letzte Level, wo wir keinen wahren Zauberer geschafft haben. Scheiß, die Wand an! Einmal nicht! Das ärgert schon einen. Ja, halt nur, weil wir die ganze Zeit so blöd... Ich bin runtergefallen, das war mal ein Fehler. Wäre ich nicht runtergefallen, wäre es dann doch... Doch, jetzt! Jetzt hörst du mir mal zu! Jetzt hör mit zu! Das ist eine Sache, die kann es nicht angehen. Wäre ich nicht da runtergefallen, wärst du danach an dem flauen Stein rum, wäre mir wahrer Zauberer zu 100 raus. Ja, das ist schon in Ordnung, weil ich bin ja selbst zweimal runtergeplumpst in so einer richtig bescheuerten Stelle. Also wir sind beide dran, Schulz. Sagen wir's dir. Nein, 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 das ist eine Sache, die konnte es nicht angehen. Wie können wir nur da runter blümpseln in einem Spiel ab sechs Jahren? Nein. Aber irgendwie konnte ich nur so blöd sein und Hena den bescheuerten Turm da laufen und dann auch noch da runter zu fallen. Aber Leute... Jetzt ist es eine Sache und die geht gar nicht! Gar nicht! Wir haben ja als abgeschlossen, es war sehr unterhaltsam, es macht uns riesig Spaß. Ich hoffe, es macht euch auch Spaß. Mir fällt auch gerade so auf, wir haben das Spiel ja schon mal angefangen gehabt. Ja, und sind so weit gar nicht gekommen. Ja. Stimmt, genau. Und ich weiß gar nicht mehr, warum wir abgebrochen haben. Das war... Nicht wegen, äh... Ja, doch, war es wegen dem Speicher? Ja, weil es keinen Platz mehr gegeben hat, weil es mit Star Wars... Achso, ja. ...Ere gab. Ja, okay, okay, okay. Nee, weil ich dachte, ich glaube, das hat uns nicht so wirklich gefallen, dachte ich zumindest. Und nee, jetzt ziehen wir den Kanal hart durch und wir werden ja neben Harry Potter später, also nach Harry Potter hauptsächlich, auch die anderen Lego-Projekte anfangen, die wir ja geplant hatten, die wir auf Facebook geschrieben hatten. Beziehungsweise, die ihr uns auf Facebook geschrieben habt. Das sind darunter Batman, Herr der Ringe und Star Wars. Und vielleicht auch die Jahre 5 bis 7 Mal, da müssen wir eigentlich ein Spiel wissen, wie es weitergeht. Eventuell. So, wir können... Ach, weißt du was? Wir verabschieden uns einfach. Wünsche euch auch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal bei Lego Harry Potter Jahre 1 bis 4, präsentiert von den Ice-Tee-Freaks. Tschüss mal. Tschüss mal. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020